Bitteschön. Deine Naso. Wie geht's Bianca? Gut. Warum fragst du? Werdet ihr heute Abend zum Reigen gehen? Ja. Was ist das? Keine Ahnung. Ja. Das Schwert ist wirklich schön. Ja, könnte ich dir mal up into your ass dicken. Oh ja. Hör auf sie an zu glotzen. Sieh dir lieber das an. Es ist Zeit für die Feuerprobe. Feuerpro... Ach, jetzt hat er das Holz da weggenommen von dem Griff oder was? Jetzt sieht es aus, als wäre es so ein... Nein, ein Leder. Oha. Wir haben ganze Arbeit geleistet. Wie nicht anders zu erwarten von solch einem renommierten Schwertschmied. Ah, der ist das. Der Herr Ratzig. Der sieht schon so... Ratzig aus. ...so hoch aus. Doch dein Geschick ist... Hey, sorry wenn das immer so hängt. Ich hab keine Ahnung warum. Was ist denn da los? Ui. Ja, die Klinge ist graviert. Herr, was nützt einem normalen... ...bürger ein Schwert? Lass es ihn versuchen. Du hast noch viel zu lernen. Frag deinen Vater, ob er es dir beibringt. Er weiß nicht, wie es geht. Sein Handwerk zu erlernen wird ihm wesentlich mehr nützen. Ja, möglich. Aber wer weiß schon, was die Zukunft noch so alles für uns bereithält. Wie ich sehe, ist es beinahe fertig. Ich muss es nur noch polieren, dann wird Heinrich es dir bringen. Exzellent. Ausgezeichnete Arbeit, wirklich schön. Ein Schwert wie dieses wird seinem Träger wahrlich Ehre bescheren, Herr Ishtwan. In der Tat, Herr Ratzig. Hätte ich so eines in Nicopolis gehabt, wären die Dinge vielleicht anders verlaufen. Es liegt bestimmt am Remaxen gerade. Mhm. Das stimmt. Aber das ist eine lange und sonderbare Geschichte. Ich würde sie mir sehr gerne bei einem Kelchwein anhören, aber die Pflicht ruft. Und ich muss leider weiterziehen. Bitte sehr. Krankes Schwert auf jeden Fall. Ja. Er ist wahrlich ein Meister seines Fachs. Gewiss kurzen sich unsere Wege, Herr Nord. Da bin ich mir sicher. Sobald es fertig ist, soll dein Sohn es zu mir bringen. Gute Arbeit, Martin. Herr. Es war mir eine Ehre, Herr Ishtwan. Mögest du sicher nach Sasau gelangen. Die Ehre ist ganz meinerseits, Herr Ratzig. Danke für die Gastfreundschaft. Na, der Ratzig ist hier von der Burg, der von, wie heißt das, der Offizier Skalitz. Ja. Seither ist viel Zeit vergangen. Vielleicht erzähle ich sie dir mal, aber heute noch nicht. Bringst du mir bei, es zu führen, wie Herr Ratzig sagte? Wieso? Naja, könnte nützlich sein. Vielleicht bereise ich die Welt, bevor ich sesshaft werde. Ich würde gern mehr sehen, als nur die Schmiede und die Schenke. Weißt du, was der Haken am Abenteuerleben ist? Es könnte vorbei sein, bevor es anfängt. Ich kann dir zeigen, wie man ein Schwert führt. Das hilft dir aber nicht, wenn dir jemand einen Pfeil in die Brust jagt, sobald du einen Fuß vor die Tür setzt. Klingt so und sprichst du aus Erfahrung. In meinem Alter hat man viel erlebt. Schmied ist vielleicht nicht der glorreichste Beruf, aber er hat auch seine Vorteile. Wie zum Beispiel seinen Kopf behalten. Ich möchte mein Leben in Skalitz beenden. Dort, unter dem Lindenbaum, an der Seite deiner Mutter. Ja, ich auch, eines Tages. Aber zuerst will ich die Welt sehen. Möchte neue Menschen treffen. Treffen oder vermöbeln? Treffen. Musst du jetzt darauf herumreiten? Dann gibt es keinen Grund für dich kämpfen zu lernen. Ja! Was zum Teufel? Botschafter. Hm. Oha. Was geht denn da ab? Oh shit. Ist was passiert? Nee. Noch nicht? Es wird passieren, ja. Oh shit. Ist was passiert? Der Siegsmund noch nicht. Ich weiß jetzt nicht, wer das genau ist. Also der mit dem Bart, mit dem roten. Ja. Da liegt schon jemand tot. Ja, tatsächlich. Und die Pfeile. Oha, schnell rein. Eine Feuerpfeile. Hör mir zu, Junge. Hör mir gut zu. Nimm das Schwert. Geh ins Haus und hol alles Wichtige aus der Truhe. Und dann lauf zur Burg. Beeil dich. Was ist mit dir? Er kämpft. Boah, alter, alter. Deine Mutter ist noch im Dorf. Ich werde sie holen und dann kommen wir sofort nach. Ich komm mit. Nein. Du tust, was ich sage. Keine Widerrede. Jetzt geht übrigens das Spiel los, Leute. Er kümmert sich um dich. Falls uns was zu tun. Das ist jetzt ein Ratziges Schwert. Hm. Müssen wir ihm dann bringen. Boah. Ab zur Burg, Junge. Lauf. Alter. Boah. Boah. Ach du Scheiße. Oh oh. Boah, der hat sogar einen Pfeil in der Schulter. Boah. Boah. So und jetzt wird's... Ernst. Alter. Der Vater kämpft. Mit der Mutter. Los, komm schon. Behalt dich. Oh. Huh. Oh. Ei. Oh. Na los. Komm schon. Oh. Oh Gott! Jetzt aber los, Kinder der Nacht Oh Mann, Alter Boah, da kommt es mir immer hoch, hey Ziemlich schlimme Szene Die Eltern zusehen, wie sie sterben Und vor allem wie sie Scheiße Und alle hinter uns her Und wir haben hier ein Razzischwert dabei Da oben steht er Vor allem nicht einfach irgendwie abgeschlachtet Sondern halt richtig brutal Abgestochen, Alter So, das lustige ist Die kommen wirklich Kommen die Ja Weiter nach Thallenberg besorgt die ein Pferd Oh Mann Bloß jetzt nicht spontan noch ein Bein brechen Da unten liegen auch Tote Ja Da rechts Das ist Theresa Oha Ich kann doch nicht Wie ist Theresa den Angreifen zu den Kopf Ja, wie soll ich das machen Oh shit Hä, hallo Ob was Pferd, komm schon Ich will mir Ich wollte mir jetzt nicht die Werte angucken von dem Pferd What the fuck What the fuck Oh Mann Wie soll ich dir helfen Keine Ahnung Vielleicht ablenken Dann haut sie ab Was weiß ich Musst du nicht unbedingt die töten direkt Ja, wie denn Ich kann ja gar nicht kämpfen Ja eben, das geht ja gar nicht Die machen dich ja direkt kaputt Konntest du nicht mal einen Faustkampf gegen den Typ da gewinnen Mhm Oh Mann Na ja, von hinten hab ich ihn dann gekriegt Ja, von hinten Ah Gut, vielleicht ist das Schwert doch Overpowered und ratzt alles weg So funktioniert das Spiel nicht Nicht? Nein, das hat keine Level hier sozusagen Okay Oh Mann Das Schwert hat eine Schärfe und eine Stärke, das ist klar Mhm Mehr als andere, aber wenn du damit nicht umgehen kannst Ja Logisch, Alter Logisch, Alter Ja Du hast ihn erwischt Ja, geschafft, geschafft, geschafft Ich muss jetzt nur noch wegkommen irgendwie Boah, krass Okay, eine geben und weg Musst die quasi nur kurz ablenken Eine geben und weg, dass die mir hinterher rennen Dass die abhauen kann Ja Krass Nicht schlecht Ich glaub, mit der kann man irgendwie zusammenkommen oder so Ich glaub, die tun Wenn du sie nicht rettest, dann ist sie tot Ja Und wenn du sie rettest, dann Lebt sie später noch Ja klar, natürlich Was die da macht, ist ihre Sache Die auch am Paut irgendwo hin Keine Ahnung Probier's mal Logisch, Alter Logisch, Alter Logisch, Alter Vielleicht musst du nicht mal schlagen Du musst ja nur kurz ablenken, dass die dich bemerken Oder? Was, was, was Besorgt dir ein Pferd Oh, Aufgabe abgeschlossen Fuck, wie springe ich da drüber? Nein, das darf jetzt nicht wahr sein Das hättest du vielleicht kurz lesen sollen Ja, mit springen Ja, mit springen, aber ich weiß jetzt nicht, ob das Viech das Ja, das macht's nicht von alleine Ich muss das selber Okay, tschüss Der Bogen Die Terroristen leben Wahrscheinlich Wenn sie dich verfolgen Ja, stand ja da Geschafft Ja Wie gespeichert Oh, fuck, Alter Oh, shit Letztes Bein Oh, vollen Schenkel So, und jetzt müssen wir aber Und wir bluten Oh, und direkt nochmal getroffen Aua Ne, weg Ach du Scheiße Hier brennt halt auch alles Ach du Scheiße Oh Mann Oh, die legen die voll um Scheiße Jesus Christ Shit Und die verfolgen mich Und die Pferdeausdauer geht übelst runter Entlang des Baches Entlang des Baches Da ist der Bache Also da lang Hier Ja Ah, das grün ist der Ausdauer Am Pferd Ah, okay Ah, ja, sag ich ja Ja Aber meine geht auch leicht runter Weil ich ja galoppieren muss Mit dem Ding Ach du Scheiße Der Kollege hat vielleicht Ja, der Kollege hat vielleicht Ein bisschen weniger Glück Weil die jetzt vielleicht Bei dem ein bisschen Lauf Lauf, Lauf, Alter Lauf Warum greifen die den nicht an Na ja, weil die wissen Dass ich Hilfe holen will Scheiße Scheiße Oh, daneben Nagelack Nagelack Ach, Nagelack Nagelack Krasser Fluss Ja Ja Hey, lauf Lauf, hier da vorne auch Guck wie sie es jetzt gesehen haben Kann man das Wort schaffen Kann man vor denen entkommen Hilfe, überfordert Staufahrer Ähm, Mist M. Staufahrer M. Staufahrer War wieder einer von den besoffenen Kumpanen am fliehen Ja Kumanen Kumanen Kumanen, ja wahrscheinlich meint er Kumpanen Nein, Kumanen Das sind Kumanen Ach so Ich muss hier aber irgendwie weg Dankeschön für den Follower Mega cool von dir Vielen, vielen Dank Oh, shit Da hinten Da ist ein Dorf Wir müssen ja von denen fliehen Sonst wäre das Spiel vorbei Ja Reite nach Thallenberg Alter Vater Halt den Pfeil immer noch ein Bein Aua Naja, klar Bloß nicht rausziehen Oh mein Gott Helm, Himmel Hilfe Hilfe Kumanen schießen 40 Pfeiler auf Heinrich Treffen aber nur einmal das Bein Sie müssen also besoffen sein Ja Hilfe Ist so Ist so Heilung Bewegt eure Ärsche her Legt an Und Feuer Da stehen jetzt zu wild Das merkt man halt Weil das wäre jetzt dumm von denen So besoffen sind sie auch nicht Dass sie jetzt hier mitrennen So besoffen sind sie auch nicht Das muss man denen lassen Den Kumanen Dass die da reinrennen In den Pfeilhagel Schnell Wir schließen das Tor Über diese Stelle Wo die Kumanen Den Spanns einziehen Ja, mega, ne? Ja Ja, das meine ich halt Das Spiel ist halt so krass inszeniert Und ich feier das so hart Wie das Und zack Deswegen, ich brauche das auf meinem Kanal Unbedingt Geht ihm doch jemand zu trinken Und bringt heißen Wein Und Verbandszeug Der heißen Alkohol Da haut's dich weg Alles klar, Alter Was ist mit dir los? 15 Mal durchgespielt Ich hab's noch nicht einmal durchgespielt Ich hab's vielleicht so ein Viertel gespielt Es tut mir leid Ich weiß nicht Ich hab noch nie solche Rüstung gesehen Und ihre Sprache war mir auch fremd Vielleicht Tataren Was ist da? Ross in der Hood Hm Tartaren sagst du? Darum werden wir uns später kümmern Zuerst versorgen wir lieber mal dein Bein Ja, das ist es Ich hab keine Ahnung Weiß die Zähne zusammen Ich zähle den Pfeil jetzt raus Und weg Aua Guten Morgen Ganz ruhig So ein Stück Sehr gut Du hattest Glück, Junge Der Pfeil hat den Knochen verfehlt Ich muss die Wunde verbinden Aber darin hab ich schon massig Erfahrung Der Krieg ist ein guter Lehrmeister Kannst du aufstehen? Na bitte So gut wie geheilt Dankeschön Er hat das 1, 2 und 3 vergessen Hm Beim Rausziehen Hat er nichts zu tun oder was? Zurück an die Arbeit Denkst du du schaffst es mit Herrn Devish zu sprechen? Krieg mal hin Eieiei Dominik, auch für die Leute auf YouTube Steh nochmal auf Präsentier mal dein T-Shirt Was du heute von mir bekommen hast Schauen Sie mal hier Der neue Wurpee Merch Jetzt im Shop erhältlich Bei 40 Followern auf Twitch Also noch 2 Kommt der Hoodie auch raus Ja Den muss ich mir auch noch bestellen Das wird cool Er weiß es Robert Verdammte Axt Lasst doch mal auf YouTube Ein Follow da Und lasst mal ein Like da YouTube Kanal wurde gehackt 700 Abonnenten weg 800 Videos weg Ich muss von Neuem anfangen Einfach mal unterstützen Wenn ihr Bock drauf habt Dankeschön Dankeschön Ich schaffte es nicht Also musste ich fliehen Und dabei riefen sie mir zu Ich solle euch warnen Bei diesen Tartanen Wie sie der Junge nannte Könnte es sich um Sigismunds Comanen handeln Sie kamen wohl von Osten aus nach Ungarn Und bilden nun den Kern seiner Armee Seit der Plünderung von Kuttenberg Scheint er eine Leidenschaft für gestohlenes Silber entwickelt zu haben Scarletz ist klein Herr Wenn Sigismund angreift Haben sie keine Chance Wohl wahr Herr Roberts Mit unserer kleinen Garnison können wir ihnen nicht helfen Selbst wenn wir es riskieren würden Denkst du wir sind als Nächste dran? Möglicherweise Wie ist dein Name Junge? Ich bin Heinrich Der Sohn vom Scarletzer Schmied Ich kenne ihn Hat er es auch in die Burg geschafft? Mein Beileid Jetzt liegt es in Gottes Hand Niemand sonst kann uns helfen Also dann Vielen Dank Du hast dein Leben riskiert um uns zu warnen Robert kümmere dich bitte um Heinrich Verschaff ihm ein gutes Essen und etwas Ruhe Ja Herr Und äh Bring alle Menschen hinter die Mauern Wir müssen auf das Schlimmste gefasst sein Triff alle nötigen Vorkehrungen Wie du befiehlst Herr Tja ich wollte gerade sagen Wofür Oder für was die Menschen damals alles in der Lage waren Was sie gemacht haben Aber während ich das sage Greift Putin gerade die Ukraine an Also haben wir Ja In den letzten Aarhundert Jahren auch nicht mehr gelernt Wir sind immer noch genauso dumm Unsere Menschheit Ja Unsere Spezies Wir sollten viel mehr von der Tierwelt lernen Tintenfische zum Beispiel Wenn das weibliche Der weibliche Tintenfisch Keine Lust auf Sex hat Erwirkt sie das Männchen und frisst es Okay Oh Mann Ja So ist richtig Tintenfisch